Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. In diesem Raid bin ich mit Diablo of Customs unterwegs, um die Guards von Rishala für ihn zu besorgen, die er für die Quest noch braucht. Also machen wir uns auf zu den Locations, wo Rishala und seine Boys spawnen können. Dass wir da nicht ganz ungehindert hinkommen und uns auch der ein oder andere PMC über den Weg läuft und in dem Raid merkt man auch, warum gerade SCUF-Player so richtig abfacken können. Trotz allem war es natürlich ein nicer Raid. Das war es an dieser Stelle auch mit dem Gebubble von mir. Ich bin's wie immer, euer Gunshot und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, spring halt. Müsst du den aber auch mal zugeben. Er springt halt immer daneben. So. Du bist rechts, okay. Ich werde hier seine Cornflakes liegen lassen. Ich werde hier seine Cornflakes liegen lassen. Das ist ein bisschen doll diesig. Mhm. Ich werde langsam die Sonne raus. Wie war das Stream bisher? Wer war das vorhin, den ich ja gerade zu verabschieden hören habe? Äh. Das war Ebrudi. Der ist ab und an mal dabei. Relativ selten, aber hat öfter mal mitgemacht. Der hatte spontan Lust und ist dann nochmal zwei, zwei, drei Raids mitgelaufen. Und hat versucht seine, seine Shooter bohren und äh, was war das andere? Collaboration irgendwas? Collaboration? Celebration? Ja, genau. Seine Celebration Quest fertig zu machen. Wenn du da rüber springst und direkt, äh, am Big Red an der Wand lang gehst, hörst du, wenn die drinnen am Rumbrennen sind. Ja, dann hören die mich aber auch. Ja, okay. Witzige Otter. Hören die dich aber auch. Deswegen bist denn du hier? Um in die Pferde zu gucken. Deswegen hab ich so'n großes Scope drauf. Wenn ich nachkampf will, dann geh ich ran. Auf den Meter. So. Wem schießt was? Mhm. Ja, einer am Ausgang. Hat's mir gerade hingehockt. Wahrscheinlich. Oder ein Skeffi, ich weiß es nicht. Das gab's doch um sie auch hin. Das ist Bauschelang. Probe. Das ist Bauschelang. Das ist Bauschelang. Probe. Ja, ist ein Skeffi. Mhm. Brauchst du den, oder was? Nein, ich brauch keinen mehr. Ich hab die Quest-Setty. Ich bin Richtung Dorms unterwegs. Ich bin Richtung Dorms unterwegs. Ich gucke wegen deinem Gas. Ich gucke wegen deinem Gas. Ob die hier sind. Ja, ist aber scheiße. Ich snipe die denn von hier aus weg. Mhm, genau. Ich weiß sowieso nicht, ob du mit dir Sniper willst. Kannst auch gerne auf Woods spielen. Du musst nicht mit mir auf Customs kommen. Kommst du mit mir auf Woods, oder was? Wie bitte? Kommst du mit mir auf Woods, oder was? Bei Nebel. Ich geh nirgends wo da ein, wo ich Sniper. Wenn du Snipern würdest, spiel Snipern. Ich spiel keinen Sniper-Scheiß. Ja, nice. Ist irgendein Spieler. Wo bist du? Hexenrüde? Ja, warte mal. Ruhig. Ruhig, ruhig. Ich sag gar nicht. Ruhig. Hab ihn. Ja, ich hab nix anderes erwartet. Ich brauch nen anderen Busch. Kleiner Wichser. Meine Güte, ey. Ich weiß aber nicht, ob der das war. Muss aber. Der hat aber grad ne Schrotze in der Hand, bin ich der Meinung. Vielleicht als Zweitwaffe. Keine Ahnung. Und was hat dich vorher angegriffen? Der Sniper? Irgendeine Einzelschuss-Glock. Oh, ne ne. What the fuck? Oh, ich bin out of injectors. Out of was? Ich hab keine, keine Stimps mehr. Oh ja, ist doch nicht schlimm. Ich mach jetzt noch voll und dann guck ich, ob der das macht. Ich mach jetzt noch voll und dann guck ich, ob der das macht. Die machen eh noch richtig. Scheiße, ruhig, ruhig. Okay, in Dorms ist auch noch wer. Entweder ist das ein Skaff gewesen, der auch noch drinnen rumrennt. Oder ist das ein anderer Dude. Spieler, was immer. Du liegst immer noch am Hügel, ne? Ja, ich bin jetzt am Hexenhügel. Ich renne jetzt kurz zu der Leiche hin. Wenn er erschossen werde, weiß ich Bescheid. Er hat mich gefühlt aus ner übelsten Entfernung angeschossen. Kann sein, ey. Aber ich hab ihn überhaupt gar nicht gesehen. Ich muss erstmal kurz den Baum wiederfinden, wo ich gehangen habe, damit ich weiß, wo er gestorben ist. Warte mal, ich häng glaube ich hier, irgendwie hier. Oh, wenn's da rum hin will, ey. Naja, hier hängt, hier ist der Baum. Hier bin ich vorgesprintet. Und hier ist er irgendwo gestorben. Hä? Boah, ich hab's nur da. Keine Orientierung hier, ne? Warte, ich such mit. Da liegt er doch! Hier! Oh ja. Ne, der ist ja 25 war das. Okay. Dann hat's nur so ausgesprochen. Ausgesehen, als wär's ne... Ne Schrotze. Kleiner Sack, ey. Ne, ne, ne. Bist du sicher, dass da ein Player in Bruns ist, oder? Ne. Ist ein Scaf gewesen. Sorry, hab ich vergessen zu erzählen. Okay. Wat will er? Ach. Passt mal. So meine Rüstung will ich jetzt eigentlich nicht hier liegen lassen. Ich nehm einfach die anderen mit. Hier vorne läuft das? Da ist ein Scaf. Ist kein Scaf. Echt nicht? Das war kein Scaf, oder? Der hat sich so komisch bewegt. Sieht aus wie ein Scaf. Ist aber ein Spieler. Ey, okay. Der war bloß übel schlecht equipped. Auch der Arme hat wahrscheinlich versucht, die AKSU-Quest zu machen. Das ist mir scheiße egal. Da kommt Diablo um die Ecke. Rotzt ihn weg hier, du. Kein Erbarmen. Kein Lein dabei, Alter. Der braucht noch kein Lein. Nicht mit Level 11. Ne, 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 ne. Ich brauche ne Vase. La 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 la. Auf jeden Fall weiß ich Bescheid. In den Lurk der besten Rüstung. Bis später. Hier. So, du bist schon drin. Ja, wollte ich aber die Türen auf. Okay. Weiter Stock? Ja. Skyfotospieler? Skyplayer. Okay. Kommt zu dir runter. Der eine, es waren zwei Scuffs. Einer ist zu dir runter gekommen. Hast du ihn getötet? Ne, der kommt keiner runter. Hä, der ist doch grad zu dir. Oder ist der wieder umgedreht auf der Stelle? Weiß ich nicht. Oder der ist nach oben gegangen. Für mich sah es so aus, als ob er nach unten gegangen ist. Dieser scheiß Raum. Hast du ihn? Naja, der stellt sich hier oben rum. Komm. Och, Mann. Ich will einfach nur meine Kack-Vasen haben. Hast du gerade aufgeschlossen? Ja, oder? Mhm. Okay-li-do-ke-li. Oh-oh. Was ist? Ein Wallet. Und? Leer. Kannst du was anderes machen? Was erwartet? Also. Du hast die Wahl. Eine RD-704. Eine MPX-300. Oder eine SR-2. Oh, ein Batch liegt hier noch. Hast du gesehen, ob das Auto da war? Ja. Das sehe ich von der dritten Etage aus nicht. Mit der Senkel, dass du irgendwie dran vorbeigelaufen bist. Alter! Qualitäts-Loot hier heute oder was? Dafür habt ihr jetzt irgendwas dabei, was gut ist. Ja. Spratz. Danke. Eine Granate. Okay. Damit kann ich leben. Granade. Renade. VPO. VPO. Und noch ein Tischanker. Essen ist wichtig. Essen ist wichtig und richtig. So. Scaffs sind hier anscheinend keine mehr. Oh ja. Oder ein guter Apollo-Kippen. Jo. Das ist ein must-have. Must-have. Hör dich rennen. Können wir nur noch in zwei rüber gucken. Hm. Drums 206. Ich glaube, den findest du auch 75 mal am Tag. Am Tag. Game Raid. Ja. 75 mal am Tag, wenn du nur zwei Raids machst. Unlock. Achja. Hier war. Ich bin ja mal gespannt, ob ich hier jemals gute Attachments für eine Waffe finde. MK 16. Das geht sogar einigermaßen. Ich habe einen Busch draußen gehört. Ja. Das war ich. Okay. Mal gucken. Scheint er aber durchgemacht zu sein. Auto ist nicht da. Aber hier hinten die Dings sind noch zu, die Safes. Komm auch vorne rein, Hauptmenge. Du bist unten? Mhm. Ich geh oben hin. Ich weiß mal, ob hier noch irgendwas rumfleucht. Oder nicht so. Achja, das ist ja der Water Room. Das ist 206, kann das sein? Mhm. So, den mach ich auf. Oh. Okay. Water Filter. Ich glaub ich behalte den Schlüssel. Doch. Das sind 100.000. Ruble. Das Ding will ich nicht looten, das ist mir egal. Hier war Zucker. Ja. Da klopft gerade an. Da, wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Ich bin jetzt für einen, äh, für Besuch nicht angezogen. Ich hab schon meine Schlumpi Hose an. Schlumpi Hose. Ich bin Schlumpi Hose. So, das. Ja. SV98 Bypod. Geil. Ja, die hat jeder dabei. Wer auf sich hält. Brauchst du noch den Maschine Riki? Ja, ganz bestimmt. Da suche ich schon ewig nahe. Ja, der ist nämlich auch immer sehr wichtig und richtig. Okay. Ja, wir können eigentlich los. Richtung Ausgang. Und hier wird nichts mehr sein. An der Tanke vorbei, gucken wir mal, ob die vielleicht da rumhängen, dass sie sie noch weg sind. Und da lang kannst du dann. Ich glaube, dafür habe ich gar nicht mehr genug Muni dabei, ey. Brauchst du noch essen oder trinken? Nee. Hier schon unten. Sollte ausreichen bis zum Ausgang für mich. Hör dich. Ich bin beim Zelt. Heftige Seife. Nee, sag nicht die Jute Kernseife. Ja, doch. Boah, der ist richtig selten, Junge. Du weißt doch, Seife ist im Krieg, äh, Luxus-Item. Ja, genau. Der Sniper-Scaf ist da. Tu mal was für dein Geld. Rennst du hier? Das läuft. Nee. Spieler oder Spieler-Scaf. Rennst weg. Richtung Straße. Nee, zwei Leute hier direkt vor mir. In den Berg hoch. Warte, 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 warte. Sind die schon da? Na klar sind die da. Mann, die sind direkt vor mir. Ja, dass die dich erschießen können, habe ich jetzt nicht geahnt. Ja, das sind drei Leute gewesen. Ach du Scheiße. Einer ist die Straße weggelaufen und zwei sind vor der Busseitestelle da rum hier ran. Jetzt haben sie mich schon gelootet und dann weggehauen. Darum geht es jetzt nicht mit drei Löwen. Du liegst wo? Ja, ja, das heißt die Richtung und dann runter. Hier, ja, ja. Du musst wie ex-o-gass. Du musst wie ex-o-gass. Ich- 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 Ich habe hier drüben gerade was gehört. Ich habe heute keine Stims mehr, das nervt mich wie er ab. Ich- ... ... ... ... Was ist das Kaff? Was ist das Kaff? Was ist das Kaff? Was ist das Kaff? Nicht schon wieder der Bauch ey, meine Güte! Okay Nö Wo ist er denn? Ach der andere Skav ist noch da Was ist noch ein Skav Player? Ja Was ist das Kaff? 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 Fickt euch! Wie viele! Komm wir stürmen alle drauf! Was ist das Kaff? 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 Die Kaff laufen ja richtig Welche? Die Skavs Die Skavs Die Skavs Die Winter ist ja Ja Sniper Skav Das ist jetzt nicht sein Ernst Gibt irgendwas davon auch Hydration? Auch nichts ne? Schon gar nicht ne? Alles minus Ist doch egal! ausdauer regeneriere ich ja dann trotzdem irgendwann nicht mehr ja stimmt das war ja nur bei energie wenn die energie weg ist dann hast du den problem da ist so eine trockene gele da sind da sind wir ja wohl jetzt habe ich pain was war das denn die disconnected karte was war das denn vielleicht war das beim bewegung irgendein sound von windows ja irgendwie genau kannst du haben ne diesmal nicht junger wart ne runde hier hat dein schwachst so viele scuff spiele am ende noch wie er denn noch wie er denn noch gesagt hat so ein spinner alter